Moritz, was gibt es Schöneres, als bei 30 Grad in der Sonne zu liegen? Wenig, Johannes, wenig. Kannst du mir so eine Papaya erreichen, bitte? Papaya ist aus. Magst du einen Apfel? Ja, tut es jetzt auch. Aber Papaya wäre schon geiler. Weißt du, was geil wäre? So ein richtig schöner Pool. Boah, aber das ist doch voll der Aufwand, so mit Pflege, Wartung, Instandhaltung, Überwachung vom Chemikalienfüllstand und allem drum und dran. Du weißt schon, wo wir arbeiten? Hallo, Automatisierung? Uh, auf jeden Fall. Ich organisiere mir jetzt eine Papaya und dann gucken wir uns das mal an. Ja, auf geht's. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Loxone Explained. Das Format für alle Technik-Fans, Loxone-Partner und eben alle die, die es noch werden möchten. Nützliche Tipps rund um die Haus- und Gebäudeautomation von Loxone gibt's hier. Und wenn Sie kein Video mehr verpassen möchten, dann abonnieren Sie doch unseren YouTube-Kanal. Das Highlight im eigenen Garten und die Traumerfüllung vieler Menschen ist der eigene Pool. Den Pool bisher sauber zu halten, richtig zu pflegen, die verschiedenen Vorgänge mit mehreren Zeitschaltuhren kombiniert, zur richtigen Zeit zu starten, war ein großer Aufwand und musste oftmals manuell per Hand erfolgen. Doch wir haben dafür eine einfache und umfassende Lösung. Der Funktionsbaustein Poolsteuerung arbeitet mit dem speziell entwickelten Aquastar Air von P-Aqua zusammen. Hierbei handelt es sich um ein Sechs-Wege-Rückspülventil, das die einfache Überwachung und Steuerung eines Pools ermöglicht. Vorgänge wie Filtern, Rückspülen, Klarspülen, Zirkulieren, Entleeren sowie das Ein- und Ausschalten der Pumpe müssen dank der vollautomatisierten Poolsteuerung nicht mehr mühsam per Hand vorgenommen werden. All diese Vorgänge, also das Einstellen des Ventils, das Öffnen und Schließen des Sicherheitsventils sowie das Aktivieren der Pumpe geschieht jetzt vollautomatisch. Die jeweiligen Zeiten können bequem in der Loxon-App definiert werden. Zusätzlich besitzt der Aquastar noch folgende Schnittstellen. Eine One-Wire-Schnittstelle, beispielsweise zur Integration von Temperaturfühlern. Drei frei definierbare Relais, beispielsweise zur Ansteuerung der Beleuchtung, der Wärmepumpe, der Gegenstromanlage oder ganz einfach der Poolabdeckung. Des Weiteren besitzt der Aquastar zwei frei verwendbare analoge Eingänge, welche mithilfe eines Drucksensors zur Füllstandsmessung verwendet werden können. Und zu guter Letzt besitzt er zwei fest definierte Anschlüsse. Zum einen für die Filterpumpe und zum anderen für das Abflussventil. Im Baustein selbst sind zahlreiche Sicherheitsfunktionen integriert. Zum Beispiel, dass die Filterpumpe erst dann aktiviert wird, wenn das Ventil wirklich in der Zielposition angekommen ist. Gleiches gilt für das Abflussventil. Dieses wird nur geöffnet, wenn es wirklich erforderlich ist, um somit Wasser zu sparen. Und für ein Maximum an Flexibilität besitzt der Aquastar die Loxon Air-Technologie. Sprich, er kann einfach mithilfe einer Airbase-Extension beziehungsweise mit einem Miniserver Go integriert werden. Doch wie sieht das Ganze jetzt in der Loxon Config aus? Moritz, du sitzt eh schon am PC. Ist der Aquastar eher korrekt eingelernt, so taucht er im Peripheriebaum auf. Es reicht ein einfaches Drag-and-Drop auf die Programmierseite und schon wird der Baustein Pool-Steuerung, welcher automatisch mit dem Aquastar Air verknüpft ist, eingefügt. In den Eigenschaften können zunächst Dinge wie die Einheit für den Füllstand, Bezeichnungen für die analogen Eingänge, Nachlaufzeit der Filterpumpe und vieles mehr eingestellt werden. Durch einen Doppelklick auf den Baustein gelangen Sie zur Schaltuhr der Pool-Steuerung. Hier können Sie die gewünschten Zeiten für diverse Zyklen angeben. Diese Zeiten können Sie natürlich auch über die Loxon-App anpassen. Den Drucksensor, welcher Auskunft über den Füllstand gibt, schließen wir nun am Eingang Wi des Bausteins an. Jetzt noch ein kurzer Abstecher zur Temperaturregelung, damit der Pool natürlich auch immer eine Komforttemperatur hat. Die Temperaturregelung steuert die Ausgänge Heiz- bzw. Kühlfreigabe QH und QC an, welche nun noch beispielsweise mit der Wärmepumpe verbunden werden müssen. Zur Wassertemperaturmessung eignet sich die One-Wire-Schnittstelle bestens. Also leere ich den One-Wire-Fühler ein und schließe ihn am Eingang AI an. Für diejenigen, die gerne im Detail wissen möchten, wie man einen One-Wire-Temperaturfühler einbindet, verlinke ich die Dokumentation hier im Video. Am Ausgang QH schließen wir uns einen Merker an, der die Heizanlage des Pools freigibt, wenn Heizen notwendig ist. Besitzt der Pool eine elektrische Abdeckung, kann diese ebenfalls ganz einfach integriert werden. Hierzu nutzen wir zunächst den Funktionsbaustein Automatik-Jalousie und tragen die Fahrzeiten korrekt ein. Diesen Baustein können wir nun in der Visualisierung ausblenden, da die Visualisierung über den Baustein Poolsteuerung erfolgt. Dazu müssen nun die Ausgänge QCO und QCC mit den Eingängen CU und CD verbunden werden. Und damit der aktuelle Ist-Zustand der Abdeckung korrekt dargestellt wird, verbinde ich jetzt den Ausgang AQP mit dem Eingang CP. Jetzt fehlt nur noch eine Filterpumpe sowie das Abflussventil, welche mit den Ausgängen QP und QDV verbunden werden. Und schon kann der Badespaß beginnen. Geschafft! Nun ist auch der Pool smart automatisiert. Die Poolabdeckung, die Zeiten für Rückspülen, Filtern, Zirkulieren usw. sowie die gewünschte Wassertemperatur kann jetzt einfach bequem in der Loxone-App definiert werden. Dank der frei konfigurierbaren Loxone-Config und der umfangreichen Bibliothek an Funktionsbausteinen können Sie weitere Funktionen individuell abgestimmt auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden einfach und schnell realisieren. Soll sich die Poolabdeckung beispielsweise automatisiert mit Sonnenuntergang schließen oder Sie wollen die Gegenstromanlage des Pools integrieren oder sogar mit dem Loxone Touch Surface bequem vom Beckenrand aus bedienen, mit der Automatisierungslösung von Loxone ist all dies kein Problem. Und für all diejenigen, die die Pooltechnik visuell stets im Blick behalten möchten, kann ich dem Funktionsbaustein Anlagenschema empfehlen. Alle Infos dazu verlinke ich im Video. Viele weitere Informationen zum Nachlesen finden Sie wie immer in unserer Online-Dokumentation und wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer über einen Daumen nach oben und wenn Sie kein Video mehr verpassen möchten, abonnieren Sie doch unseren YouTube-Kanal. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ich habe doch hier noch irgendwo eine Kokosnuss gesehen. Erst die Sache mit der Papaya und jetzt das. Jetzt aber ab an den Pool. Gepläst du adventure mit der produce des Neumann und jetzt keine Ahnung. Bis zum nächsten Mal.